Da gibt es Simulatoren, die das rein virtuell am Computer machen, die durchaus auch ihre Vorteile haben, aber die tatsächlich haptische, praktische Erfahrung benötigt idealerweise natürlich Simulatoren, die tatsächlich ein praktisches Arbeiten an reellen Substanzen erlauben und das bietet realistisch. Ja, grundsätzlich muss man sagen, dass es absolut Sinn macht, das einzusetzen, gerade in kleinen Kursen für Assistenten, für Assistentinnen. Letztendlich sollen natürlich diese Modelle, gerade mit dem Wasser gefüllten Duransack, mit der epiduralen Blutung, mit den Schwierigkeiten, die wir haben, mit den simulierten Bandscheibenvorfällen und den simulierten oder konstruierten Stenosen sollen natürlich den tatsächlichen klinischen Zustand sehr gut repräsentieren, den wir bei den Patienten haben und das wäre ein großer Vorteil gegenüber den Kadaverlabs. making business In Alarm Vielen Dank.